Die Anklage lautet Maßlosigkeit, Ausfriedensbruch und Verführung einer Novizin. Eine Novizin war sie wohl kaum. Casanova, ihr seid der berühmt-berüchtigste Frauenheld. Mit dem längsten. Register an Eroberungen. Der bekannteste Liebhaber der Welt trifft endlich eine Frau, die ihm ebendürtig ist. Und Sie sind? Francesca Bruni. Sie war die brillanteste und beliebteste Schriftstellerin ihrer Zeit. Casanovas Vorstellung von Liebe fällt täglich eine Frau zum Opfer. Der letzte Mann, dem sie ihre Liebe schenken würde. Ich respektiere nur den Mann, der die Treue zu seiner Frau tugendhaft ehrt. Hat sich in sie verliebt. Francesca Bruni. Sie stehen für alles, was ich verachte. Das könnte interessant werden. Francesca, er kommt morgen. Dein Verlobter. Sie ist verlobt. Hoffentlich findet sie mich nicht zu... Rundlich? Verzeihung, was haben Sie gesagt? Und der Regisseur von Chocolat. Was führt den gefürchtetsten Inquisitor des Papstes nach Venedig? Ich bin hier, um Giacomo Casanova zu verhaften. Präsentieren einen Film über einen Mann, der alles riskierte. Ich verbanne Sie aus Venedig. Ich kann Venedig nicht verlassen. Ich erwarte noch jemanden. Um der zu werden, den sich eine Frau immer gewünscht hat. Ich zeige Ihnen eine Welt, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Beginnen wir damit, uns dem Himmel ein Stück zu nähern. Ich liebe Sie, Francesca. Nun ist Zeit, zu handeln. Heath Ledger. Sienna Miller. Und Oscar-Preisträger Jeremy Irons. Verfolgt sie! Oliver Platt und Lena Olin. Wahre Liebe. Ein Geschenk. Meine Herren, sagt, der Zutritt sei dem Schwein verwehrt. Doch das Tier nehmen wir gern. Braucht Geduld. Casanova. Der Zutritt sei dem 5. Der Zutritt sei dem 600. Davut bist du wahrscheinlich. Das Vertritt ist das Glück. Das ist die 편.